Ich könnte mir niemals auf einen Contest vorstellen, wo wir jetzt gegeneinander antreten oder so. Das stimmt schon. Und ich glaube auch, sowas kann sicherlich, du sprichst wahrscheinlich auch von Strukturen an, die es dann gibt, von der Stadtpreise, die man gewinnen kann und so, sowas kann sicherlich Fans motivieren, kann schon sein, aber dass es niemals wahrscheinlich der Grund, warum man mit Musik anfängt. Das geht jetzt in die nächste Frage. Wie versuchen Sie denn eigentlich jetzt von der Seite der Politik und der Kulturpolitik aus, da in irgendeiner Art und Weise zu unterstützen oder zu steuern? Das ist klar, da zielte das am Anfang so ein bisschen darauf ab, dass man da nicht wirklich jede Band, die gerade in der Art Hellerhof in so einer Garage angefangen hat, mal zu gucken, wie die ersten Akkorde gehen im Augenbehalt, aber es muss ja ein Interesse geben oder sagen wir mal einen Fokus der Stadt darauf, was passiert da eigentlich bei uns? In welcher Form spielt sich das ab und welche Möglichkeiten werden da so überlegt, in welche Richtung wir etwas bringen und wie machen wir das? Ja, wir hatten ja gerade schon von Frau Daimann gehört, dass wir den Musikbeirat haben. Das ist ja ein Instrument, das sich der Kulturausschuss gegeben hat. Da sind Fachleute drin, da sind Personen drin, die unter anderem auch aus der Rock-Pop-Szene kommen. Die beraten über die Anträge, die dann vorgelegt werden. Die beraten aber auch darüber, wie können wir Strukturen schaffen in dieser Stadt, die, wie gesagt, gerade den Bereich, auf dem konzentrieren wir uns ja heute, Rock-Pop befördern. Und da gibt es natürlich mehrere Stellschrauben, sage ich jetzt mal. Das ist einmal die der Produktion, das heißt, Strukturen sollten vorhanden sein in der Stadt, die eine Sicherheit geben, was den Raum betrifft. Weil gerade die räumliche Ressource ist natürlich ganz wichtig, Proberaum. Die weitere Ressource, die ganz wichtig ist, ist die der Präsentation, also der Auftritte. Das heißt, auch hier müssen Instrumentarien entwickelt werden und gesichert werden. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch ganz individuelle Maßnahmen, die wir dann ergreifen. Ich nenne mal hier das, an sich könnte es auch Frau Deimann sagen, aber ich greife jetzt mal einfach vor. Die Individualförderung haben wir seinerzeit mit der Politik beschlossen. Das sind immerhin 10.000 Euro, die wir einer Band geben im Laufe eines Jahres, mit der sie dann befördert werden kann. Und ich sage mal, ich habe nochmal nachgeschaut, die Förderpreise, die beiden, die wir im Bereich der Musik jedes Jahr vergeben. Und deswegen haben sich in den letzten Jahren ganz massiv mit einem Preis immer auf die Rock-Pop-Szene konzentriert. Da ist keiner aus der E-Musik, keiner aus der Jazzmusik, also jetzt nicht beide, wir haben zwei Preise, aber die waren immer dabei. Und da waren dann auch Gruppen bei, wie Liquid Lightning oder Stabile Elite oder jetzt auch Stefan Honig, den wir gerade erst den Preis verliehen haben. Das heißt, das waren nicht Bräulers, aber die anderen sind uns bekannt. Und deswegen, wir haben sie gefördert gemeinsam mit der Jury und auch dem Kulturausschuss. Also das ist unsere Aufgabe, Strukturen zu schaffen, sodass sich darin etwas entwickeln kann in der Stadt und eine Atmosphäre zu schaffen, die positiv sich auswirkt auf die Szene. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.